Jo, hi, zurück zu Final Fantasy, letztes Mal hier oben angekommen, das ist Section 4, kommen wir aber nicht rein. Jetzt lassen wir die Mädels mal gucken, ob die nicht irgendwas machen können. Von hier unten mit denen quatschen, irgendwo hier so eine Sprechanlage, andere Seite vielleicht. Ähm, oh. Kannst mal eben gucken. Da drüben ist ein Funkgerät. Ja, gehen wir gleich wieder. Sehr gut, Red. Oh, schnell rüber. Geht so. Okay, wir haben auch ein bisschen was zu tun. Katze hat schon Probleme, oder? So, schnell rüber. Oh, shit. Verdammt. Red? Jetzt müssen wir schnell machen. Oh, wow. Rüber. Sprich mir tiefer. Ja, guter Plan. Tiefer, hörst du mich? Was geht? Red ist nach unten gestürzt. Kommt ihr vielleicht zu ihm durch? Klar. Der Ärmste. Schnell zu ihm. So, wie kommen wir denn da hin? Oh, shit. Die Viecher. Müssen wir. Na, wir können auch runter, oder? Okay. Was mögen die denn nicht? Die mögen Elektro nicht. Zurück. Zack. Schnell. Ich lege los. Los geht's. Hilfst du von dort besser? Naja, nur mit mir. Ich lege los. Ich lege los. Ich lege los. Oh, shit. Los geht's. Los geht's. Shit, man. So, schnell. Reddix kriegt schon richtig einen drauf. Redd13. Lass mal runter. Runter, runter, runter. Wo ist er? Hier runter. Schnell. Was ist er denn? 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 Ich glaube, dass er... Ich will auch nicht. Ich will uns jetzt noch ausrufen. Oh. Halt. Ja. Ja. Der ist wichtig. Ich... Mach mal eine Rutspause. Mach mal eine Rutspause. Oh. Hm. Hm. Weiß nicht, die sind halt schnell, die Jungs. Ich glaube es ist falsch. Red ist schon halb kaputt. Okay, wo muss man lang? Hier rüber? Schnell, wo ist er denn? Da drüben, das wird eng. Da sind es alle. So, muss reichen, hau ab. Sehr gut. So, könnt ihr die viermal aufmachen. Wir haben den Zugang zur Sektion 4 gefunden. Ja. Allerdings kann man ihn nur vom Kontrollterminal öffnen. Und von oben aus konnte man nicht hin. Vielleicht haben wir hier ja mehr Glück. Ja, versuchen wir es. So, da wollen wir nicht hin. Vielleicht können wir hier nochmal rauf gehen. Aber das Terminal ist ja irgendwie da unten. Upsi, haben wir das? Ja. So. Ähm. Kannst du mal helfen? Junge. Machst du. So. Kannst du helfen? Oder bist du kaputt? Ah. Auch ein bisschen. Flop. Seht mal, ein Fahrstuhl. Toc, toc, toc. Fahrstuhl. Schon klar. Und ein mega Schalter. Mach doch mal den Schalter an. Ja, komm. Ja. Wir haben unsere Rolle anscheinend noch nicht völlig erfüllt. Ich kann diesen Hojo echt nicht ausstehen. Das ist nur noch Sektion 4 übrig. Die anderen schaffen das schon. Pluck, 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 pluck. Komm schon. Sehr gut. Wir kommen zu dem. Oh. Okay. Mal kurz ein bisschen wechseln. Hallo. So. Das war's dann. So. Das war's dann. Du bist ja alles gut. Aber wir machen erst mal die 4 hier an, oder? Wo ist das hier? 4. Z. Das war's. Das war's. Muss ich mir jetzt Sorgen machen? Sicher nicht. Naja. So. Lass mal den Fahrstuhl. Nö. Wieso denn? Wir können den Fahrstuhl erstmal nutzen. Ist ja viel cooler. Äh, verriegelt. I hate you. I hate you. I hate you. Okay, dann müssen wir Cloud doch Bescheid sagen. Und... Wo war das? Irgendwo hier da hinten, ne? An der Seite. Da. Ja. Wir haben einen Fahrstuhl gefunden. Verstanden. Sehr gut. Aber er ist momentan außer Betrieb. Vermutlich hat Hojo ihn abgestellt. Sieht so aus. Als müssten wir seinen Plänen folgen und Sektion 4 aufsuchen. Die Tür müsste offen sein. Dafür haben wir gesorgt. Verstanden. Wartet wo ihr seid. Ja. Guck mal, die Jungs können das machen. Dann... Lass uns mal zurück zu der Tür gehen. Okidoki. Ah, wir sind ja alle. Alter. Das läuft doch ziemlich gut. Ja, nicht schlecht. Das läuft wirklich ziemlich gut. So, not too bad. So, das ist Tür 4? Ja. Ok. Warte mal. Hier nebenan konnte man noch ein bisschen chillen, ne? Haben wir auch nichts zu verschenken. So, Barrett, mach mal bisschen Platz hier, Digga. Hier unten. Ich hoffe das immer nicht von wo wir gekommen sind. Ich vergesse das immer alles. Egal, da geht es jetzt mal weiter. Wir lassen den guten Wedge ganz schön warten. Ja. Naja. Er hat echt einen an dir gefressen. Kann sein. Der Typ hat sehr gute Menschenkenntnis. Ja. So wie ich. Auf den kann man sich verlassen. So wie auf mich. Ist zu, ok. Ah, ich habe jetzt gar nicht mitgekriegt was drin war. Ja. Einfach mal so Kisten snatchen. Ist auch nicht gut. Nice. Wenn wir da runter gehen, gibt es Aufhör, ne? Ist wohl klar. Nö. Das überrascht mich jetzt. Vielleicht auch ein Rückweg. Oh. Tür geht zu, ne? Und wer kommt dann? Alter. Alter. Was ist das? So ein Tausendfüßler? Okay. Nein. Ich sag Elektro. Du willst wohl Hackfleisch aus uns machen oder was? Verlogen. Oh. Erstmal gucken. Oh. Nice. So. Was kann der denn nicht ab? Ah. Der gute Klingentänzer kann gar nichts. Okay. Den müssen wir einfach nochmal kaputt machen. Übernimm du. Roger. Nicht übernehmen. Okay. Ich zähle auf dich. Das tut mir. Interessiert ihn gar nicht. Ich zähle auf mich. Füah. Nicht übertreiben. Wurde schon angedeutet. Wir schädig. Doch, doch. Wie schmeckt dir das? Oh, nice. Das ist ja cool. Elektroschick. Ich hab's schon Vorarbeit geleistet. Na geht noch was. Puh. Dann übernimm. Jetzt komme ich hier, Asai. Das ist ein Weg. Gah! Hmm. Wow. Da geht noch was. So leicht lass ich mich nicht unterkriegen. Ich brauch meine Pause. Ausgerechnet jetzt. Kannst du übernehmen? Woah. Ich zähle auf dich. Roger, ich übernehme. Das ist ein Weg. Da geht noch was. Was ist das? Was ist das? Das ist das! Oh, jetzt wird er so war. Oh nein. Was ist jetzt? Verdammt. Was? Das kommt hierher! Okay. Hinterher! Geräusche. Du. Du. aber lass das mir so andere Richtung, andere Richtung ah shit Was ist das? hinterher wo ist das Vieh da? immer vorsichtig bleiben komm der her viel erfolg jetzt zeig ich euch was ich kann schnell 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 wo ist das Vieh? komm schon komm schon hörst du von deinem Wässer? ich bin los komm komm mit zum Finale jetzt zeig ich euch was ich kann und wenn man sollte der ist für dich man fahrt ihr das Ding weg jetzt kann nicht sein kann nicht sein kann nicht sein ich bin aber sauer hm ne da kommt nichts ok ok zum das auf komm jetzt dann wir und fange uns mit deiner heilenden kraft nun man ist das ätzend ja endlich geschockt oh oh katsi wow gies fish is down wow sehr gut leb wohl na gut ich glaube nicht sie haben ihn besiegt aber das sollten sie ja auch die gewünschten daten hätte ich damit dann wollen wir mal die nächste runde des tests einleiten was ist ein trick man Na klar. Na ja. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Habt ihr das gehört? So Kumpels oder nicht? Was sind denn denn übelst am kloppen? Machen wir das Ding auf. Scheint von hier aus verschlossen zu sein. Mhm. Weg da. Sehr freundlich. Auf der anderen Seite ist dein Fahrstuhl. Mhm. Ob er fährt oder nicht. Liegt allerdings an Hojo. Wow, nice trouble. Ähm, wenn da hinten ein Fahrstuhl ist, dann sollten wir mal durchgehen, oder? Komm, mein Kollege, lass uns mal rein hier. Ah, da. Okay. Hm. Hm. So, ein Glück. Der Fahrstuhl funktioniert anscheinend. Ja, Bullshit. Vermutlich was er wollte. Wir haben ihn ja auch ordentlich bedient. Wir sind... ...wieder zurück. Ja. Hey! Zurück wohin? Junge, 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 Junge. Was ist hier passiert? Irgendwas ist kaputt gegangen. Jemand war hier. Das ist doch unsere Richtung. In hier. Das Ding ist kaputt gewesen, ne? Da kamen wir nicht rüber. Gut, dann ist das halt eben unsere Richtung. Jetzt sind wir fast am Ziel. Da oben sind nur noch das Büro des Direktors und das Dach. Warte! Wenn wir da rauf gehen, gibt's vermutlich kein Zurück mehr. Bist du sicher, dass du das tun willst? Mit dem Fahrstuhl von gerade kommen wir zurück zum zentralen Kontrollterminal. Wenn du noch was erledigen willst, tu es jetzt. Äh, klar fangen wir nach oben. Ich bin bereit. Lasst uns gehen. Blutige Spur, ja. Kommt ihr mit? Okay. Ach, wie gemein. Ach, wie gemein. Können wir auch hier hoch? Ja. Wo ist der verdammte Direktor hin? Wiggity Whack. Wartet. Ich höre was. Hilfe! Hilfe! Ist da jemand? Wir gucken uns erstmal hier das Ding an, oder? Er hält nicht mehr lange durch. Lass mich raten, ist der Direktor. Okay. Und zwar da drüben. Ja, wir kommen ja schon. Ist ein kleines Loch. Ist da jemand? Ja. Dann kommen wir hier durch. Achso, durch die Tür können wir auch gehen. Oh, Leute. Oh, Leute. Ich halte nicht mehr lange durch. Muss erst ein bisschen shoppen, Baby. So, zwei Schleifen haben wir noch. Mega getrankt, 40 Stück, Alter. Haben schon ein bisschen was gehortet. So, ich sag's mal so. Das war ganz schön viel, diese Session. Der hält noch ein bisschen durch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Doch, schaffst du.